guten abend meine damen und dinge heute kriegen wir eine führung von wensen wensen guten abend hallo ich ärgere mich gerade noch mit meinem bot rum weil eigentlich habe ich einen command eingefügt und der macht das einfach nicht das scheiß ding ich habe auch keine lust test seh text test save successful save successful ausrufezeichen test er spendt also alles mögliche bloß nicht das was er soll hallo rollmops guten abend rollmops eine sekunde gleich geht es los ich kämpfe noch mit der technik oder die technik mit dir das ding will nicht wie ich will das nervt egal ich habe es versucht auch was ganz wichtig ist für gestern steam labs den text kann ich schon mal weg machen und das bildchen guten abend ja die böse technik immer alle anderen commands macht er nämlich was dekipität was ist das denn das andere also also er ist da er kann er kann schreiben aber die privaten also die eigenen commands nimmt er irgendwie nicht übersetzung geht erst wenn man premium hat ich habe den bot eigentlich wegen dem wet system was noch in der wicklung ist was wohl diesen monat folgendes fertig sein sollte wenn das wet system dann genauso toll funktioniert dann hat es den bot sowieso erledigt von daher lassen wir jetzt einfach mal wer ist ich finde schade hier sind die mauer hat sich etwas bewegt ich gebe dir klein muss man da was kompensieren ja deine kleine hütte muss kompensiert werden ja ja ich gebe dir aber heute geht es ja um die bibliothek ach der drücker natürlich ist jetzt hier zu äh universität die hier neu entstanden ist auch ich muss es nochmal betonen hörner als minecraft server unser server warum läuft mir jetzt die nase weiß ich nicht warum machst du immer fünf meter schritte vor mir und keine normalen das sind fragen die kann man nicht beantworten ich gucke mal mit absicht nach unten dass man die welt lädt und nicht alles auf einmal ich kann ja da lang gucken dann sehe ich ja wann es endlich mal alles geladen hat macht nichts hat eh gerade gegessen sagt er ja jetzt lass mich doch erst mal die welt vor uns laden hier sag doch mal F3A ja es schädt ja aber ich kann ja gerne nochmal F3A machen das letzte das ganze halt von vorne aber eventuell schneller und besser falls da irgendwas hängen sollte guten andria hallo ria schön dass du hergefunden hast es lädt sich zu Tode das ist heute ist es grausam ich habe keine Ahnung was das ist das kann aber nicht mehr allein am minecraft liegen wie liefen die letzten Zeit eure Aufnahmen die liefen noch alle gut mit eurem Server oder ich muss mal kurz die Nase schnitzen schön in die Aufnahme rein es lädt die Welt einfach nicht komplett habe ich irgendwas bei den Optionen Video Settings ja Render Distance Extreme vielleicht solltest du das mal ein bisschen runter drehen ja aber man möchte ja auch das Gebäude komplett sehen ja wenn es weniger lauten muss geht es dafür auch schneller ganz logische Schlussfolgerung ist überall so im Leben ja auch nur 18 ist vollkommen ausreichend 18 Chancen in jede Richtung lädt trotzdem noch sich zu Tode letzte Woche war da nicht drauf ok gut fangen wir an mit der Führung ich bin heute ruhig wenn Sen labert heute die ganze Zeit ganz ruhig mit labern willkommen zurück der Baum hallo der Baum hier sind wir nun also an der neu entstandenen Universität namens Ordens des Wissens auf dem Minecraft Server vom lieben Hörner heiß ja von uns ja von uns ja ich würde sagen wir gehen einfach mal los wir ziehen aber so Schuhe und Jetpacks würde ich mal sagen aus weil sonst rennen wir überall drüber muss ich mich nackig machen ja von vorn ist es halt diese Treppe die hier hochführt und ich würde sagen wir gehen einfach mal hoch kommt man halt unter so einem mächtigen Bogen durch und muss gleich aufs Klo durch das Geplätschere hoch und groß wirkt und kommt hier auf den Campus einmal nach des Wissens da dürfen die lieben Zuschauer dann mal in den Chat schreiben was sie denken was das ist ich wollte mit Absicht keine große Statue herbauen oder Brunnen oder Baum oder etc weil würde halt so ziemlich die schöne Aussicht die man hier so überall hat wenn ich nicht die Machen deswegen so was Flaches hier hinten auf dem großen Steinbogen hat man ja so den Audi Max die Haupthalle den Hauptsaal hier rechts hat man noch einen Turm mit einem Turm der noch einen Turm hat fand ich einfach mal ganz passend und links ist das Observatorium auch schöne Linse reingebaut hier vorne wo wir gerade reingegangen sind hat man noch auf der anderen Seite eine große Schuluhr die wenn man um drei anzeigt aber gut ist halt Minecraft ich sag ja drei Feierabend dann hier unten hat man noch in so einem Kellergeschoss hinter den Eisentüren das Bauteam das sind die Leute die das Bauwerk hier verbrochen haben links und rechts sieht man zwei Gebäude die so als Eingangsgebäude genutzt werden im Gegensatz zur linken Seite ist auf der rechten noch so ein Halbturm dran da ist der Kunstkurs, der Malkurs drin Malkurs genau, was für Kurse gibt es denn eigentlich alles? ja hier wird alles so ein bisschen durcheinander gelehrt hauptsächlich so Astronomie, Astrologie ein bisschen Mod, Modraum hat es noch und so verschiedenes halt so hauptsache ein bisschen so universitätsmäßig so und wir fangen an würde ich sagen hier mit den größten Vorlesungssälen ja der Baum, das ist alles selbst gebaut das hat alles, wenn sein, mit Hilfe von Shizuka gebaut ja, das ist selbst entstanden so hier hat man halt so den typischen Universitätsstil habe ich mal versucht nachzuahmen mit diesen treppenförmigen Sitzgelegenheiten dass auch jeder so ein bisschen was sehen kann wenn sein, es wird gefragt, wie lange du jetzt daran gebaut hast ich würde sagen, Bauzeit grob über den Daumen gepeilt dreieinhalb Monate und wie ihr leider gerade seht durch das hin und her jumpen von Wenzern wir haben gerade ein bisschen Probleme mit dem Server also mehr als sonst bei den Mods ist es eigentlich normal, dass du Probleme hast aber es ist in den letzten Tagen extrem geworden und da müssen wir nachher noch ein bisschen gucken hier auf der Teufel stehen allerhand Formeln die teilweise kompletter Schwachsinn sind Satz des Waldgeistes Saat plus Wasser gleich Blume ja gut, dafür die Erde noch manche Sachen ergeben wenigstens so ein bisschen Sinn wie hier die Steggeschichte in Bezug auf Minecraft manche Sachen sind auch so halb mathematisch belegt so Fibonacci oder so und dann gibt es auch wirklich so blöde Sachen wie Biftiki minus Tzatziki eine Sekunde, bei mir bricht es gerade komplett ein ok da sind die Zuschauer auch gerne angehalten selbst mal auf den Server zu kommen und nachzuschauen ja also die Einladung vom letzten Mal steht immer noch offen wir gucken auch die Tage jetzt warum dieser Server gerade so abkackt ist im Moment, das gerade ist extrem ich habe gerade 4 FPS das ist gerade da macht Anschauung nicht mehr Spaß was zum Henker macht mein Server das ist gerade noch ein paar Bilder so ja ja ich kann hier das ist gerade auch das ist alles ich kann hier das ist das ist und da ist Das beruhigt sich wieder. Wie gesagt, momentan, ja, bei den ganzen Anzahl von Mods kann es nicht flüssig laufen oder nicht ganz reibungslos laufen, aber heute und die letzten Tage ist es extrem geworden, aber wir wollten jetzt trotzdem die Eröffnung vor uns durchziehen. Wieder 4 FPS, was zum Henker? Weiß ich nicht, also bei mir geht es. Ich habe zwar jetzt auch nicht die meisten, aber es geht. Ja, 4 FPS, das ist... Ja, 24. Mein Rechner hat eine CPU-Auslastung mit Stream von 1,8%. Mach dein CPU die Hufe hoch oder wie? Es kann eigentlich nicht sein, so wenig. Eben. Oder liegt es an dem Raum? Wäre er eigentlich auch fertig? Warte mal, macht Steam im Hintergrund irgendwas? Nein, Steam macht nichts. Es wird gerade nicht besser. Es wird gerade einfach nicht besser. Was zum... Bis jetzt gerade zum Anfang war es nicht ruckelfrei, aber gerade bricht es ein. Sorry für die, also das ist... Heute ist irgendwie der Wurm drin. Ich mache mal geschwindet, weil in Einstellungen was. Ich gehe mal von der Grafikkarte mit den Einstellungen runter auf die CPU für Stream. Dazu muss ich den Steam ganz kurz neu starten. Nicht abhauen, wir sind gleich wieder da. Eine Sekunde.